Herzlich willkommen zurück, Freunde. Vorletzter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Kein gemeinsamer Spieltag mehr, wie wir schon seit einigen Jahren wissen. Sehr schade. Ich muss sagen, gerade bei so einer spannenden Konstellation hätte ich gerne die Samstagkonferenz mit neun Spielen gehabt. Naja gut, gucken wir mal, wie es hier am Ende des Spieltags aussieht. Dann können wir es am letzten Spieltag noch ein bisschen mitverfolgen. Für Köln geht es ja auch noch immerhin mit einer ganz kleinen Chance um die Europa League, beziehungsweise um die Conference League. Und ja, für uns geht es um nichts mehr, aber wir wollen natürlich in Form bleiben, im Rhythmus bleiben, um das DFB-Pokalfinale gegen Gladbach zu gewinnen. Unsere Neunze hat leider gegen Gladbach verloren im Halbfinale der Juniorenmeisterschaft, dank der Auswärtsverriegel. Bitter, weil die es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber man kann es sich ändern. Dafür haben sie die Juve League gewonnen. 4 zu 1 Sieg. Konstantin Strauß mit einem Hattrick. Den Namen werdet ihr euch noch merken, weil er wird für uns auch nochmal auflaufen. In der ersten. Mit einem Hattrick. Danach in der Bundesliga nochmal Hattrick rausgezaubert. Und dann nochmal getroffen. Also sieben Tore in den letzten drei Spielen der U19. Der Mann muss eigentlich für uns auflaufen. Mal gucken, ob er heute fit genug ist. Er hat halt am Mittwoch mit der U19 gespielt. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Pascal hat am letzten Spieltag übrigens noch das schnellste Tor der Hertha BSC-Geschichte geschossen. Mit 16 Sekunden. Sehr schön. Auch nochmal da ein Rekord aufgestellt. Wenn er heute trifft, hat er ja auch den Torrekord. Also da ist noch einiges möglich. Punkte-Rekord ist noch möglich. Viele, viele Rekorde unterwegs. Mal schauen, ob da Rommel Lelis seinen Beitrag zu bringen kann. Das Problem ist, den Jungen hätte ich sehr, sehr gerne den Einsatz gegönnt. Weil der schon bei der U19 seit Jahren eine tragende Kraft ist. Gefühlt hat er 16 ist. Oder 15 sogar. Ja, der hat sich jetzt den Knöchelbänder leider überdehnt beim Spiel in der zweiten Mannschaft. Fällt drei bis vier Wochen aus. Das heißt, vielleicht reicht es gegen Dortmund. Im Pokalfinale sehe ich ihn halt eher nicht. Aber gut, das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Und heute würde ich gerne Konstantin Strauß sein Debüt geben. Wie sehr hoffen sie heute auf eine gute Teamleistung? Sehr natürlich, Michael. Wie gesagt, wir wollen unsere kleine Siegesserie wieder fortsetzen. Und der Spielplan zuletzt war mir egal. Wir haben jetzt relativ entspannte Spiele zum Saisonende, muss man sagen. Außer Dortmund. Köln geht in den 4-4-2 sehr defensiv ran. Weiper vorne natürlich ein gefährlicher Mann. Der hat quasi das direkte Duell mit Pascal um die Torjägerkrone. Vorne drin beginnt tatsächlich der 16-jährige Konstantin Strauß. Strauß bekommt seinen ersten Einsatz. Hinten rechts. Armey hinten links. Barco zurück in der Startaufstellung. Dann Gächter Aki Koum in der EV. Dardai, Curtis Jones auf der Doppel-Sex. Rooney rechts offensiv. Pascal eben auf der 10. Und Moreno über links. Also schon eine leichte Rotation drin im Spiel. Wir gucken mal, wie es läuft. Strauß versucht schon mal den ersten Pass zu erreichen. Der wird aber leider abgefangen von den Kölnern. Ilias, Njonto. Und der hat Platz und darf einfach mal durchgehen. Hannibal Gazibegovic. Gut gehalten von Dennis Simon. Und dann stand Ilias im Abseits. Einwurf von Henrichs. Und Hannibal. Ja, Weipa da vor Gächter am Ball. Und das ist einer für Valentin Barco zurück zu sein mit einem langen Abschlag. Aber da ist Strauß wahrscheinlich dann ein bisschen überfordert. Gute Balleroberung von Moreno. Gut aufgepasst. Jetzt könnten wir uns mal rausspielen. Können wir schauen uns den Ball ab. Mit Dardai, mit Pascal, mit Strauß. Ball raus auf Barco. Der findet Moreno. Abgefälscht Pascal. In die Arme von Fofana. Strauß, ihr seht schon, ist nicht ganz fit. Trotzdem wollte ich ihm den Startelf-Einsatz geben. Dann wird der wahrscheinlich 50. 60. rum. Das Spielfeld verlassen. Vielleicht mit dem Tor schauen wir mal. Rooney, Dardai, Pascal. Aki, Kum, Dardai. Curtis Jones, Gasse, Chip-Ball auf Rooney. Geblockt. Ich neige immer dazu, Wayne Rooney zu sagen. Aber er heißt ja Rooney Barci. Solange Ball Aki, Kum, kommt da angerauscht. Auch er hat, glaube ich, noch kein Saison-Tor. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Also, wird mal Zeit heute vielleicht. Geht da was? Fragezeichen. Bisher ist das Offensiv noch nicht so ganz überzeugend, was wir liefern. Müssen im Arme mit Pascal. Und Rooney, der verliert den Ball. Köln klärt, aber da hinten warten nur wir. Und bringen den quasi wieder in die Kölner Hälfte. Ach, ich komme. Wir sind die Kraft verloren. Dardai macht schnell über Rooney. Klasse Pass. Der braucht den auf links. Ne, rechts passt auf. Passt auch. Aber ein Kölner Fuß noch zwischen Dardai und dem Tor. Nächster Eckball, Valentin Barco. Und wieder sehr lang. Aki, Kum wieder dran. Aber auch wieder drüber. Auch wenn nicht viel passiert, spielen hauptsächlich wir Weiper gutes. Decklinge defensiv. Und dann kommt eben das Kölner Umschaltspiel. Aber Geht da passt auf. Und jetzt können wir es mal ganz schnell machen. Jones versucht das. Wäre es Inyaki gewesen, wäre der wahrscheinlich durch. Aber Strauß kennt da natürlich noch nicht so ganz die Bewegungsabläufe in der Offensive. Ist ja auch kein Problem. Der Junge ist 16. Der hat noch viel, viel vor sich. Da ist das Debüt. Erst der Anfang. Na, Gikum. Haben wir May. Ball raus auf Rooney. Und Pascal fällt. Und es könnte der Elfmeter sein. Und man sagt, der schiebt sich da. Der gibt den. Und jetzt müssen wir ganz kurz. Was machen? Ausführer. Elfmeter. Boah, das ist riskant. Boah, das ist riskant. Konstantin Strauß. Ich schenke ihm diesen Elfmeter. Komm Junge. 16 Jahre übernimmt hier die Verantwortung. Heftige Pfiffe der Kölner. Konstantin Strauß macht den eiskalt in die Mitte. Was für ein Typ. Erstes Saisontor für ihn. Da lässt die Pascal sogar den Vorzug. Obwohl er natürlich seinen Rekord hätte knacken können. Und die Tore für die Torjägerkanone braucht. Aber er gönnt Konstantin diesen Elfmeter. Und er macht das Ding eiskalt. Sehr, sehr, sehr schön. Das sind Geschichten, die der Fußball und die eine intakte Mannschaft schreiben. Wunderschön. So, jetzt nochmal ein 2-0 drauflegen. Linus Gechter mit Aki Kum. Ein langer Ball für Rooney. Gut auf den Pass von Henrichs. Dann geht es in die andere Richtung. Viper. Vor außen gegen Aki Kum. Benni Henrichs. Stefanovic an die Latte. Baku ist da. Und damit geht es in die Halbzeit. 1-0 Sieg durch den Elfmeter. Von Pascal rausgeholt. Bisher geht da noch ein bisschen mehr. Jungs, das ist noch nicht so ganz überzeugend. Drauß wird das Feld relativ zeitnah verlassen. Moreno, Rooney gar nicht in der Partie heute. Ja, der Rest passt eigentlich. Was die Leistung angeht. Und da hat Stefanovic ein bisschen gepennt. Am May. Rooney schlecht rausgespielt. Mionto, gutes Tackling von Gechter. Ilias und Dennis Simon ist da. Ich denke, wir werden Rooney sogar rausholen. Das ist heute nicht seine Partie. Nochmal falsch in den Eckball von Valentin Barco. Der kommt lang wieder auf Aki Kum. Hinten lauert Moreno. British Jones. Dardai aus der Distanz. Was ne Fackel. Klasse Parade von Fofana. Valentin Barco, Fofana faustet weg. Moreno, Dardai. Aber dann die Kölner Defensive schon wieder geordnet. So lange wie das hier dauert. Jetzt auch unser Wechsel vorne rein. Alejo Willis. Und über die rechte Seite kommt Ben Richards. Alexis Barrero will ich gerne in Einsatz geben. Barco mit einer guten Freischussmöglichkeit. Fofana greift zu. Sehr gut gehalten. Valentin Barco. Ein Wurf mit Pascal. Der bringt den sogar Curtis Jones am May. Boah, schade. Die Taktik gefällt mir. Nach wie vor. Hier hat sie wieder fast zum Tor geführt. Gechter. Kerber raus auf Stefanovic. Ball abgefälscht. Aki Kum macht das super gegen Viper. Der hat den richtig im Griff heute. Und dem haben wir nicht wirklich was gesehen. Außer einen defensiven Zweikampf. Der Fünf-Stürmer ganz beeindruckend war. Amay, Dardai, Curtis Jones. Wieder ins Loch rein. Ist nicht optimal. Da müssen wir uns lösen. Amay. Aki Kum. Curtis Jones. Moreno. Jetzt können es schnell gehen. Dardai steckt ihn durch für Willis. Knapp vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Naja. So. Weiter geht's. Alexis Barrero. Links für Diego Moreno. Da würde ich fast sogar... Ja, lassen wir Pascal durchspielen. Ja, mehr müssen wir erstmal noch nicht wechseln. Wir lassen ihn noch ein bisschen im Spiel. Viper. Gut aufgepasst. Von Aki Kum. Der hat den sowas von hundertprozentig im Griff. Da passiert gar nichts. Hamei Ball raus auf Ben Richards. Aki Kum. Dardai. Jones. Willis Barrero. Rechter Dardai Pascal Willis. Ja, sieht gut aus. Ben Richards probiert es aber dann selber. Das sah dann wieder nicht so gut aus. Profaner Abschlag. Und da ist natürlich Joel Aki Kum. Pascal. Gutes Deckling holt sich den Ball zurück. Richter findet Dardai. Jones. Bako. Schön die Linie lang. Alexis Barrero. Zeig was. Schwägerball. Njonto. Jetzt können wir schnell gehen. Ja. Da ist Stefanovic durch. Aber Aki Kum da. Der Ball trotzdem abgefälscht. Zu Wilfried. Njonto. Ah. Bitter. Bitter. Das heißt. Jetzt brauchen wir doch nochmal. Ein bisschen mehr. Oder die Jungs nochmal auf hier. Da der Aki Kum. Boah. Njonto. Heftiges Deckling. Willis. Barrero. Ball raus auf Ben Richards. Und der wieder auf Barrero. Ja. Sonst denke ich werden wir die letzten Wechsel nochmal nutzen. Einmal Jones raus. Fabian rein. Und dann vielleicht. Aber in Richards rechts hinten. Für Amey. Und nochmal Maxi Bayer dann über die. Ne Maxi über die linke Seite. Barrero über rechts. So. Auf geht's. Jungs. Jungs. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Holt euch diese eine Chance noch. Macht das Ding zu. Vielleicht über den Eckball. Valentin Barco. Aki Kum. Und schon wieder ist er da. Und wieder kriegt er ihn nicht im Tor. Schade. Also die Ecken auf Joel sind perfekt. Aber es fehlt noch so ein bisschen das Glück im Abschluss. Dardai. Pascal. Jetzt Willis durchsteckt ihn nochmal auf Bayer. Fast schon schlecht wieder gespielt. Der Ball raus auf Bayer. Ein bisschen unnötig. Naja. Wir gehen sehr offensiv. Pascal kommt dazu als zweiter Stürmer. Werde ich es dafür dann als Stoßstürmer. Also ne. Warte mal. Also ja. Aber wir müssen die Seiten tauschen. So. Sehr offensiv. Kreativ. Geordneten Spielaufbau gibt es nicht mehr. Das ist nur noch. Pure Attacke. So. Zehn Minuten nochmal. Auf geht's Jungs. Erkämpft euch hier was gegen Köln. Heckball. Valentin Warkow. Geklärt. Maxi Bayer lauert da. Fofana. Gute Partie von ihm. Also den Namen hören wir heute sehr sehr oft. Er hält viel fest. Bei Köln. Boah. Willis klasse. Pass auf Bayer. Und da ist die Frage. War das abseits. Es könnte durchaus sein. Wir gucken mal rein. Daniel Schlager. Erkennt das abseits. Schade. Das war wirklich ein Traumtor. Willis hier aus der Drehung. War leider. Abseits. Vielleicht geht nochmal was. Feuer die Jungs nochmal an. Die Zeit ist nicht mehr. Was gibt es oben drauf? Vier Minuten. Ja doch. Es gibt nochmal eine Möglichkeit. Nyonto spielt den kurz. Polly. Legt ihn ab für Viper. Nyonto. Chipal. Fabian passt auf. Bayer. Er kann ihn nur klären. Dann so Kerber. Wolf. Und das war wieder abseits. Diesmal auf der anderen Seite. So. Es gibt es nochmal. Die eine Möglichkeit hier. Sieht nicht so aus. Wofana. Wir sind drüber. Wir spielen 1-1 in Köln. Damit Punktrekord. Können wir nicht mehr übertreffen. Schade. Ja. Nachdem Konstantin Strauß raus war. Lieb es nicht mehr. Ne. War ein bisschen zu wenig heute. Naja. Kann man nicht ändern. Einfach abziehen. Abparken. Saison ist eh durch. Da ist es auch immer ein bisschen schwieriger. Die Jungs zu motivieren. Zumindest was die Liga angeht. Klar. Pokal. Da müssen wir nochmal Vollgas geben. In der Liga ist das so. Nyonto hat ein klasse Tor gemacht. Er hat auf jeden Fall gut gespielt. So. Es bleibt weiter spannend in der Bundesliga. Was hat sich aber diese Woche getan? Wolfsburg gewinnt gegen Bremen. Das direkte Duell. Macht es damit nochmal richtig richtig spannend. Köln holt einen Punkt. Ist aber so gut wie raus. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht mal, dass das von den Konstellationen her möglich wäre. Dass die da noch weiter kommen. Von daher. Das war es wahrscheinlich. Dann. Eintracht Frankfurt mit dem 3-1. Sieg gegen Hamburg. Die sind sowieso auf einer kleinen Erfolgswelle hier. Wobei sie haben gegen Hoffenheim verloren. Ja, okay. München gewinnt 3-1 gegen Hoffenheim. Möhrstedt trifft nochmal. Kabaxi droht. Düsseldorf 0-0 gegen Stuttgart. Freiburg gewinnt gegen Hannover. Wichtiger Sieg für Freiburg. Und Leverkusen verliert gegen Dortmund. Ganz wichtig für Dortmund. Ganz schlecht für Leverkusen. Mainz gewinnt nochmal gegen Pauli. Und Leipzig gewinnt gegen Gladbach. Das heißt, wir haben einmal, was die Liga angeht, noch ein richtig spannendes Rennen um Euroleague. Um Conference League. Und natürlich auch um den Abstieg. Übrigens nur, dass ihr es einmal gehört habt. Konstantin Strauß ist der jüngste Hertha-Torschütze aller Zeiten mit seinem Elfmeter. Ich wollte es nur erwähnen. Sehr geil. Freut mich für ihn. Ich gehe mal kurz hier in die Ansicht, weil da haben wir den Überblick über alle Spiele. Das heißt. Wobei. Ne. Können wir ja so auch machen. So ist es sogar nochmal ein bisschen schöner. Also. Wir haben welche geilen Duelle. Freiburg-Kladbach. Muss Freiburg gewinnen. Dortmund muss gegen uns gewinnen. Köln-Mainz. Ja, die sind eigentlich beide raus. Leverkusen gegen Frankfurt. Für Frankfurt ist die Champions League safe. Für Leipzig übrigens auch. Das heißt. Könnte sein, dass Leverkusen das gewinnt. Gladbach-Freiburg haben wir gesehen. Braucht Freiburg. Hamburg bräuchte im besten Fall natürlich einen Sieg gegen München. Könnte sein, dass sie da runtergeschossen werden. Weil Hannover möglicherweise gegen Bremen gewinnt. Aber für Bremen geht es auch noch um was. Das heißt. Auch hier ein geiles Spiel. Hoffenheim-Leipzig. Da geht es eigentlich um nicht mehr viel. Hoffenheim. Mehr oder weniger fast schon sicher. Auf einem Euroleague-Platz. Wobei. Das ist ja auch Euroleague. Das heißt. Da geht es um nicht viel. Stuttgart gegen Pauli. Ja. Für Pauli könnte es noch mal ganz dumm laufen. Aber da muss auch schon viel zusammen kommen. Weiß jetzt nicht. Und Wolfsburg gegen Düsseldorf noch mal. Ja. Was sieht aus mit der Torjägerliste? Da ist Pascal zwei Tore vor Mörstedt. Das heißt. Die sollte er eigentlich gewinnen. Gut. Dann habt ihr einen Überblick. Was uns erwartet. Nach dem letzten Spieltag. Und vor allem erwartet uns Borussia Dortmund. Haut rein. Wir sehen uns morgen.